Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way of the Hunter. Wir sind genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ihr seht es gerade bei den Weißwedelhirschen. Und ich habe immer noch die Quest, dass ich einen männlichen Weißwedelhirsch direkt ins Herz treffen soll. Also kein Aufpürzungsschaden, sondern Durchdringungsschaden. Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall müssen wir das noch erledigen. Und ja, viel Spaß beim Video. Let's go. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Das ist sehr gut. Das ist ja sehr gut. Vorteil freigeschaltet, schneller abz... Was war das denn? Das sah ja mega buggy aus. Auf jeden Fall habe ich einen Vorteil freigeschaltet. Ich weiß zwar nicht warum und wofür, aber... Auf jeden Fall liegt da... Der Bulle liegt da. Sehr gut. Quests haben wir auch noch aktiv. Das ist auch wichtig. Erlege einen Weißwedelhirschen. Ich habe jetzt kurz gedacht, ich habe die Quest nicht aktiv. Das wäre natürlich mega fail gewesen. What the fuck? Was ist mit ihm los? Was ist denn mit ihm los? Geil, sehr gut. Okay. Also ich habe direkt... Ich habe alles getroffen, ne? Herz, Hauptschlagader, linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel, alles. Aber auf jeden Fall das Herz, das ist schon mal gut. 40,28, der muss da auch raus. Sehr gut. Erlege einen Weißwedelhirschen. Ja, sehr gut. Sehr gut, haben wir erledigt. Schau nochmal in... Folkhoffs Hütte vorbei. Wie spricht man das aus? Folkhoffs? Nun hast du erfolgreich deinen ersten Weißwedelhirschen erlegt. In der Slowakei müsstest du dich nun auf das linke Knie knien, die Waffe mit der linken Hand auf die Erde stellen und mit der rechten den Hut vor die Brust halten. Aha, okay. Anschließend würde der Besitzer des Reviers dir dreimal mit dem Jagdmesser auf die Schulter schlagen und dir die Urkunde der jeweiligen Tierarte bereichen. Nun, da du offiziell bestanden hast, werde ich dir eine persönliche Urkunde ausstellen und sie dir zum Jagdhaus senden. Oh, okay. Dein Großvater ist seit vielen Jahren gut und mir befreundet und ich bewundere seine Moral und Jagdtechnik. Es freut mich zu sehen, dass dein Enkel aus dem gleichen Holz geschnitzt ist. Alles Gute. Ludovic Wilkow. Digga. Keine Mission. Okay, okay, okay. Habe ich sonst hier noch irgendwas? Ich dachte, dass ich vielleicht hier noch eine Quest habe, damit ich das Jagdgebiet hier... Warte mal. Jetzt steht hier auf einmal nicht mehr, dass ich keine Jagderlaubnis habe. Darf ich jetzt hier jagen gehen? Ich glaube, ich darf jetzt hier jagen gehen. Weiche von mir, böser Geist. Das ist natürlich die Frage, was haben wir noch so für Ziele? Wir könnten ein bisschen Quests machen. Löse das Rätsel und finde die nächste Kiste. Machen wir mal das. Deswegen, ich mache das immer richtig nervös, wenn ich nicht streamen kann, beziehungsweise auch kein Content für YouTube produziere. Und am Sonntag ist das letzte Video von mir hochgegangen. Das macht mich schon, das macht mich schon... Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das Lager hat sich ganz schön geteilt. Es gibt Leute, die sagen, Way of the Hunters ist der größte Müll. Ich bleibe bei meinem alten Game. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, in Kaufswald habe ich jeden Stein einmal umgedreht. Ich will das neue Spiel spielen und sehen. Das Gute an dem Spiel ist ja auch, dass ich auch höre, wenn was abspringt. Was du ja in Kaufswald nicht so hast. Wenn da irgendwas wegrennt, und du hast es nicht gesehen, dass es wegrennt ist, das war es halt für dich nie da. Du hast kein Signal bekommen, dass da irgendwas war. Und hier hört man auch, wenn die abspringen. Knackt dann Holz im Unterholz und das hört man. Da sieht man dann auch so eine Bubble. Das ist mir ja gut. Hä? Ach, löst das doch. Da ist ein Schwarzbär abgesprungen. Sehe dich. Aber ich sehe nicht meine verdammte Kiste, wo ich hin muss. Achso, warte mal, da gab es doch irgendwie, gab es da nicht eine Zeichnung oder so? Tommy, ich habe dich gebetet, das Resil zu lösen, die dann fahre... Blablabla... 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 Da gab es, glaube ich, eine Karte, ne? Die konnte man aber nur da sehen. Oh, ist das behindert. Das ist mir jetzt schon wieder zu doof, die Quest. Ich hier suchen muss, wie so ein Idiot. Wie läuft eigentlich das Jagen? Nicht so gut. So, gerade nach einer Kiste. Die ich nicht finde. Und ansonsten habe ich heute erst ein Tier geschossen nach 38 Minuten streamen. Schön, ne? Da erkennt man, was ich für ein Spiel spiele. Ey, wenn ich diese Kiste nicht in den nächsten fünf Minuten finde, breche ich die Quest ab. Ich habe da keine Geduld für. Es tut mir leid. Kann man ja mal googeln, wo diese Kiste sein soll. Ich habe sie gefunden. Okay, ich breche die Quest doch nicht ab. Ich habe sie innerhalb von fünf Minuten gefunden. Okay, also die nächste Kiste ist in einem Tunnel. Ich kotze mich auch in meinen Quests an, dass die so ewig labern und man kann derzeit nichts tun. Kann man das auch irgendwie überspringen oder so? Oh, kann man. Indem man Enter drückt. Oh, sehr gut. Also falls hier irgendwie auch komplett genervt seid von diesen ganzen Ich rufe dich jetzt an und wir müssen ein bisschen müssen was diskutieren und die Quest geht nicht weiter und bla bla bla. Einfach mit Enter überspringen kann man das Ganze. Also kannst du immer den aktuellen Satz skippen. Also schön Enter Spam und dann geht's weiter. Ah, da müssen wir jetzt Nächstes hin. Ich suche aber jetzt hier oben erstmal die Weißwedel. Wenn du diese Spiele eine Weile spielst, dann entdeckst du beim Vorbeigehen Bewegungen im Unterholz und weißt sofort, wo die sind. Also das ist tatsächlich, kann man das sehr stark lernen und sich da durch so Gameplay schulen. Das ist genau das gleiche wie Leute, die nur CSGO spielen und eigentlich gar nicht den Gegner sehen, sondern schon schießen und dann steht er da auf einmal und wird im Kopf getroffen. Das ist auch ein sehr, sehr guter Schusswinkel, wenn wir jetzt hier von hier oben schießen. Da haben wir richtig schön High Ground. Aber wir haben Rückenwind. Das habe ich nicht bedacht. Ja, die sind erschrocken. Ja, weil ich da Rückenwind hatte. Mann. Okay. Egal. 80 bis 100 Metern muss das da sein. Da. Ich habe gesagt, oder? Muss ja da sein. Aber ist sie schon wieder alleine? Ich sehe wieder mal nur ein Weibchen. Ist das jetzt hier der neue Standard in dem Game, dass ich nur noch Weibchen sehe? Ich habe gedacht, da versteckt sich noch einer, aber nö. Ist nur sie. also wenn ich nur das zum Schießen habe, ich bin ja da nicht so, ne? Bin da ja nicht so. Ach, hier vorne liegt sie doch. Loy. Linker Lungenflügel. Okay. Ist halt ein weißwilder Mädchen, ja? Willst du machen? Wo ist denn dieser Bock, den ich da gerade gesehen habe? Da. Vier Sterne Bock. Der ist ausgewachsen. Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich schieße drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich schieße drauf. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Ich werde es bestimmt gleich hart bereuen. Zumindest habe ich ihn gut getroffen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was heißt gespannt? Also wenn er jetzt wirklich, was weiß ich, 97% hat oder sowas, dann habe ich mir gerade fünf Sterne Bock zerschossen. Weil ich nicht warten konnte. Aber wie gesagt, ich bin ja auch in Gebieten hier, wo ich sehr schwer wieder wieder hinkomme. Also ich kann diese Herde halt nicht so überwachen, wie ich sie gerne überwachen würde. Weißt du, was ich meine? So. Viel Blut rosa. Viel Blut heißt eigentlich, dass ich doch ein bestimmtes Herz getroffen habe von dem Bengel. Aber guckt euch diesen Bock an. Ist er nicht schön? Das Geweih ist gut. Das Geweih ist gut. Wirklich sehr gut. Schöne Doppelunge. Schöne Doppelunge. Schöne Doppelunge. Deshalb viel Blut verloren. Top. Schönes Ding. Ja, doch. Das Geweih ist geil. Geweih ist geil. Ah, 90. 90,58. 90,58. Das war ein originaler Vier-Sterne. Ein originaler Vier-Sterne-Hirsch. Hast du keine Taschenlampe? Doch, habe ich. Ein originaler Vier-Sterne-Hirsch. Doch kein Fünf-Sterne-Hirsch. Zerschossen. Den nehmen wir mal für die Taxidermie mit. Also zum Ausstopfen. Habe ich gerne erkannt. Das ist der Fachbegriff dafür. Taxidermie. Für Präparation. Also wäre Präparation nicht schon ein Fremdwort. Nein, wir müssen einen draufsetzen. Wir nennen es Taxidermie. Befürchte, dass ich hier im Dunkeln verzweifeln werde. Diese Scheißkiste zu finden. Ach so, wartet mal. Wartet mal. Ich habe ja auf diesen Scheißbrief geguckt. Auf diese Skizze. Und da war also ein Bahngleis und dieses Bahngleis führte in eine Höhle. Und in der Höhle ist diese Scheißkiste. Ja, guck mal. Da ist doch die Kiste. Ich bin so klug. Einfach IQ 9000. So, zack. Nächste Kiste direkt auf eine Brücke. Wisst ihr, was mich richtig triggert? Da mache ich mir bestimmt richtig viele Feinde mit. Aber was mich richtig triggert sind Ich bin ja viel auf TikTok unterwegs. Weiß ich nicht. Fünf Stunden täglich oder so. Mindestens. So. Und wenn dann so vegane Rezepte gepostet werden. Ich bin ja jetzt nicht anti-vegan oder so. Ich esse noch Fleisch. Ich esse auch sehr gerne gutes Fleisch. Da vorne müssen wir hin. Da ist die Kiste. Aber wenn so vegane Rezepte gepostet werden auf TikTok und dann werden so so vegane Gänsekeulen oder so gemacht. Damit habe ich auch kein Problem. Also ich habe auch kein Problem damit, dass man an etwas Veganes den Namen des Nicht-Veganen dranhängt. Weißt du, was ich meine? Also so vegane Wurst veganes Schnitzel ist ja alles kein Problem. Finde ich nicht schlimm. Aber was ich schlimm finde ist, wenn es TikTok-Videos gibt mit einem mit veganen Gänsekeulen und die dann sagen das Rezept ist von ihrer Oma. Hier Omas vegane Gänsekeulen Omas vegane Rinderrouladen oder sowas. Das ist bestimmt das Rezept ist bestimmt nicht von deiner Oma. Das zwiggert mich so hart. Als ob deine Oma damals vegane Gänsekeulen gemacht hat. Klar, die haben damals nur einmal oder zweimal Fleisch am Wochenende gegessen. Also die haben wirklich nur Fleisch am Wochenende gegessen. Aber die haben sich doch nicht die Mühe gemacht und haben sich vegane Gänsekeulen ausgedacht. Nein, da gab es was anderes. Da gab es nicht so einen Scheiß. Wisst ihr, was ich meine? Klar, früher hat man sehr, sehr viel weniger Fleisch gegessen als heute. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass keine Oma sich vegane Gänsekeulen oder vegane von früher das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist eine Erfindung von irgendwelchen Annikas, die auf TikTok viral gehen wollen mit dem Scheiß. Und das triggert mich. Das triggert mich hart. Und da schreibe ich auch drunter, dass mich das triggert. Schreibe ich immer drunter, das ist bestimmt nicht von deiner Oma. nur auf zu lühen. Es tut mir leid, falls ich damit irgendjemanden auf den Schlips treten sollte oder sowas. Ich bin bei dem Thema sehr tolerant, aber das finde ich unsinnig. Also das braucht man nicht zu auszuschmücken, zu verkleiden, zu benennen. Oh. Oh. Ist das ein melanistischer Fuchs oder ist der einfach nur schwarz, grau, schwarz, rot? das ist cool. Das ist schön gezeichnet. Finde ich gut. Er sieht, also der Hirsch sieht ein bisschen aus wie aus der, aus der Muppet Show, aber nicht schlecht. Jetzt, wo wir gerade mal an der Lost sind, komisch. Ich blende mich aus. Aber ich glaube nicht, dass Leute falsch gehen können. Wir verändern. Wir wachsen mit Schmerzen. Einige mit Schmerzen, als sie zu tun können. Hilfe! Rieber! April! Und das kann fester und wird etwas schmerziger und gefährlicher. Was du machst? Nicht nicht zu schmerzen. Ich weiß, was du versuchen, aber du wirst schmerzen an Nacht. Besides, dass du nicht schmerzen, du nicht eine Tag und das ist definitiv nicht eine Unterhung Uhr. Du schmerzst auf mir zu Dad und ich nicht zu reden. At that moment, they both knew something huge would happen that night. They just didn't know exactly what. After passing several cold hours, Knorr finally sees his chance. And in that moment, his desire to prove himself reached its terrible peak. Yes! It's going to be okay. I'm calling for help. Police, I need immediate assistance. I'm sorry he hurt me. Little did Knorr know how many consequences this would trigger. Like his father blaming the wrong person and reaching out to Richard. I'm ready that your father-in-law acted like a glorified ranger and involved your son in hunting. But his bragging has now caused my Knorr to... Wait! Involves river with what? And now, the secret about hunting that was kept for eight years was revealed. I had one condition. One for my son staying here. Absolutely no hunting! I'm an adult. I can make my own decisions. I'll call you an adult when you pay your own rent and taxes. While you live under my roof, you will listen to me! What seemed like a terrible ending. Your phone magically erased all the contacts again? River, Nurse Ellen was helping me with it, but she said she doesn't know how these old-fashioned phones work. It was just a very long pause. There we go. In this episode... This episode of Way of the Hunter ... ... it was the way of the hunter. It was the way of the hunter. I've done two quests yet. I hope that was still a lot about the video. I hope that video was still understrengths. haben. Ich wünsche euch viel Spaß, beim nächsten Mal gibt es dann wieder Call of the White und ja, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wenn das Video schaut. Macht's gut, bis dann, ciao! Outro